Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkkopfhörer-infos.de, dem Portal über Funk und Bluetooth Kopfhörer. Und heute stelle ich euch wieder einen weiteren Kopfhörer vor. Und das ist ein Bluetooth Kopfhörer mit so einem Transmitter. Das heißt, dieses Modell eignet sich besonders für Fernseher oder eben auch andere Geräte. Vor allen Dingen, weil wir diesen Transmitter dabei haben. Also alles in einem Paket. Das kann man natürlich theoretisch auch alles separat zusammenbasteln. Ist aber komplizierter und für den einen oder anderen dann ein Problem. Deswegen ist dieses Paket hier einfacher, sage ich jetzt mal. Und dabei handelt es sich um den Aventry HT4189. Hier sehen wir diesen Transmitter und da den Kopfhörer. Ich drehe das Ganze jetzt mal seitlich. Es sieht folgendermaßen aus. Hier optischer Anschluss gibt es auf jeden Fall. Bis zu 40 Stunden Laufzeit. Dann haben wir hier den Kopfhörer einmal. Den BTHS AS95. Das Modell. Bluetooth 4.1. Reichweite bis 30 Meter. Also 30 Meter Optimum. Das ist natürlich wieder klar. Also im Raum auf jeden Fall reichen. Dann haben wir hier bis zu 40 Stunden Spielzeit. Und dann eben noch weitere technische Daten. Die werde ich euch dann im Verlauf noch zeigen. Und das ist wichtig. Hier unten haben wir die Daten für diesen Transmitter. Und da ist es so. Der hat aptX, LL, Fast Stream, aptX und SPC. Und aptX sind diese Codecs, die weniger Latenz haben. Das heißt, ihr wollt ja, dass das Bild und Ton lippensynchron sind. Und dadurch ist das eben garantiert. Das ist eben besonders wichtig, wenn ihr das Ganze am Fernseher betreibt oder eben an Geräten, wo ihr dann Video schaut. Damit ist das garantiert. Hier hinten haben wir noch mal ein paar Infos. Keine Powerung, nötig müheloses Verkabeln. Keine Lippensynchronisationsverzögerung. Ideal eben für Filme und so weiter. Habe ich ja gesagt. Das ist durch das aptX. Optischer Anschluss gibt es auch. Das ist ein Lichtwellenleiter. Der ist störungsarmer. Also der kann nicht durch elektromagnetische Kabel, eben durch andere Kabel quasi gestört werden, weil es ein Lichtwellenleiter ist. Bis zu 40 Stunden Nutzung. Und das war es jetzt hier aber erstmal von der Verpackung. Denn jetzt schauen wir uns mal an, was sich hier alles in der Verpackung befindet. Und da legen wir jetzt direkt mal los. Hier oben haben wir erstmal eine Info. Es gibt hier sogar ein Step-by-Step-Step-Video-Tutorial. Sehen wir hier die Adresse. Das ist die Anleitung. Die gibt es hier auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und ES-Espanisch. Also Spanisch. Und dann im Inneren gibt es hier noch die Warranty-Card, Sicherheitshinweise. Und ich schaue mal kurz in die Schnellanleitung. Hier wird quasi ganz kurz und knapp erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Anschluss und so weiter. Also Schnell ist auf Deutsch verfügbar. Dann gibt es hier aber außerdem das Ganze noch, ich muss gerade mal gucken, Zeichnungen. Das ist hier auch noch mit Zeichnungen erklärt. Das sieht man jetzt vielleicht nicht so ganz gut. Das ist ein bisschen klein im Bild. Aber hier wird das Ganze auch noch mit Zeichnungen erklärt. Das ist hier dann in dem Fall allerdings Englisch. Aber die Bilder sind eigentlich selbsterklärend. Das werde ich euch auf jeden Fall alles auch zeigen. Jetzt werfen wir aber einen Blick auf den Inhalt. Hier seht ihr den Inhalt. Und da nehme ich direkt mal den Transmitter heraus. Das hier ist der Transmitter. So ein kleiner Kasten. Ihr seht schon, der ist kompakt. Da sehen wir auch hier Lichter, USB, AUX, Optisch, SPC, FS, ABDX und ABDX LL. Und es gibt hier links und rechts also zwei Tasten. Wie das genau angeschlossen wird, werde ich euch noch zeigen. Und auf der Rückseite der Anschlüsse hier ist ein Anschluss DC-In. Also Mikro-USB für den Strom, Optisch, AUX-Klinke und ein An- und Ausschalter gibt es auch. Gummifüsche, rot fest steht das Ganze. So, und jetzt nehme ich den Kopfhörer nochmal raus. Und schauen mal, ob ich sonst noch hier das Zubehör darunter habe. Genau. Das hier ist das Zubehör. Und es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, den anzuschließen. Und da haben wir, wie ich bereits erwähnt habe, optisch. Das hier sind die optischen Kabel. Da sind noch solche Schutzklemmen drauf. Optische Kabel, Lichtwellenleiter. Das ist zu empfehlen, wenn ihr solche Anschlüsse habt. Weil, wie gesagt, die Übertragung erfolgt hier quasi per Licht. Lichtwellenleiter, daher kommt auch der Name. Und die sind weniger störungsanfällig. Weil, wenn ihr mehrere Kabel nebeneinander legt. Zum Beispiel, ihr nehmt so ein Klinkekabel und legt das neben ein Stromkabel. Dann kann da quasi das elektromagnetische Feld des Stromkabels quasi die Datenübertragung stören. Kann, muss nicht. Aber, wie gesagt, das ist hier dann ausgeschlossen. Als nächstes das Anschlusskabel USB für den Strom. Da müssen wir natürlich am besten ein Netzteil noch dazunehmen. Das liegt hier nämlich nicht bei. So ein typisches Netzteil, was wir im Handy oder so kennen. Diese typischen USB-Steckdosenadapter eben. Als nächstes noch ein USB. Moment mal. Okay. Das sind zwei USB-Micro-USB-Kabel. Eins für hier quasi Data-Cable. Und eins zum Laden. Da hängt ja noch so ein Schild dran. Wobei ich mich jetzt frage, was da der Unterschied dann sein wird. Okay. Auf jeden Fall steht es rein. Wir nehmen auf jeden Fall dann das hier. Und dann hier haben wir noch so ein Cinch-Kabel. Das heißt, diese beiden Anschlüsse, manche älteren Fernseher oder manche Anlagen, wenn man dann nicht genug Steckplätze hat oder eben nur diese zur Verfügung stehen, kann man eben diese hier hinten einstecken und dann hier das Klinkekabel einstecken und das eben dann auf diese Art und Weise hinten anschließen. Das ist die zweite Möglichkeit. Also einmal hier Cinch oder eben Lichtwellenleiter. Jetzt schauen wir uns den Kopfhörer noch an. Der sieht folgendermaßen aus. Den sehen wir jetzt mal hier. Ich drehe den auch mal kurz seitlich. Was mir direkt auffällt, ist hier ein weiches Polster. Und das Polster hier ist vernäht. Das ist auf jeden Fall gut. Vernähte Polster sind immer das, was ich bevorzuge. Dann haben wir hier an der Seite so ein paar Infos. Also hier steht quasi so ein Zettel. On, off. Und wie man das Ganze aktiviert, den mache ich jetzt mal weg. Hier sind Knöpfe plus, minus. Dann hier Mittelknopf. Und auf der anderen Seite haben wir das nicht. Es gibt hier aber auch noch einen Klinkeranschluss, wenn ich das richtig sehe. Also wir könnten das Ding hier auch direkt zum Beispiel an Handy anschließen oder an PC. Dann gibt es hier den Ladeport. Den sehen wir hier. Und des Weiteren ist der Kopfhörer. Ich lasse das gerade mal auch höhenverstellbar. Also wir können hier das Ganze höhenverstellen. Das ist hier so ein Metall, Metalldraht. Also relativ stabil fühlt er sich an. Dann kann ich das Ganze hier in der Höhe verstellen. Auf der anderen Seite natürlich auch. Links und rechts. Und dann kann ich das an die Größe anpassen. So, der fühlt sich, der macht wenig Druck, sage ich mal. Wenn ich den so auseinanderziehe, das geht relativ locker, angenehm. Die Muscheln können wir seitlich auch kippen. Sehen wir hier. Passen sich seitlich auch an die Kopfform an. Und so minimal, also halt nur in eine Richtung vom Gelenk her, da muss ich mal schauen. Aber das wird wahrscheinlich, das reicht in vielen Fällen aus. Die Ohrmuscheln können wir mal kurz gucken. Ich drehe das Ganze mal. Das ist nämlich flexibel. Und die Ohrmuscheln hier sind wirklich schön groß. Also auch für größere Ohren. Die Kopfpolster sind auch recht weich. Wie gesagt, ich werde den noch pro betragen. Das habe ich jetzt natürlich logischerweise noch nicht gemacht. Denn das hier ist das Unboxing. Und wie der sich so trägt, das erfahrt ihr dann im Laufe des Videos. Da werde ich da wie immer drauf eingehen. Also das hier ist der Kopfhörer. Schauen wir uns das nochmal an. Kopfhörer haben wir hier. Kabel. Dann den Transmitter natürlich. Und die Anleitung. Das war es jetzt auf jeden Fall hier vom Unboxing. Ihr habt es gesehen, was hier alles so mitgeliefert wird. Und ich werde jetzt mir alles genau anschauen. Ich werde den Kopfhörer verbinden. Ich werde damit wie immer meine Probe hören. Meine Probelieder anhören. Ich werde auch mal schauen, wie sich das Ganze so bei einem Film schlägt. Und was es sonst hier noch zu wissen gibt. Wie das Setup funktioniert, werde ich es direkt im Anschluss zeigen. Mit diesem Transmitter hier mit der Box. Und dies und mehr gibt es jetzt wie immer im Anschluss im Mega-Testbericht. Anschluss und aufladen. Den Kopfhörer müssen wir wie jeden anderen Bluetooth-Kopfhörer auch erst einmal aufladen. Dazu wird ein Micro-USB-Kabel genutzt. Das liegt auch bei. Und sobald Strom fließt, leuchtet die LED an der Außenseite des Kopfhörers rot auf. Ist der Kopfhörer dann voll geladen, so erlischt die rote LED. Wie lange die Ladezeit ist, habe ich leider nicht herausfinden können. Die Laufzeit liegt aber bei bis zu 40 Stunden. In der Praxis würde ich hier aber auch wieder 20-25% abziehen. Als nächstes müssen wir den Transmitter an eine Audioquelle anschließen. Dazu stehen drei Möglichkeiten zur Verfügung. Optisch 3,5 mm Klinke. Und eben noch ein Chinch- bzw. RCA-Kabel. Ich empfehle, wenn möglich, den optischen Eingang zu nutzen, da der das beste Signal liefert und am unempfindlichsten gegenüber Störungen ist. Strom benötigt der Transmitter natürlich auch. Und dazu verbinden wir den Micro-USB-Anschluss mit einem USB-Anschluss am TV oder PC. Oder wir nutzen eben einen USB-Steckdosenadapter. Der liegt allerdings nicht bei. Wir schalten jetzt den Transmitter mit dem Schalter auf der Rückseite ein. Dann drücken wir die goldene Taste am Kopfhörer circa so lange, bis sich der Kopfhörer einschaltet. Und die LED, die blinkt bzw. leuchtet dann blau. Es dauert nun kurz, dann ertönt im Kopfhörer Connected. Die Verbindung war dann erfolgreich. Beim nächsten Mal verbindet sich der Kopfhörer automatisch wieder mit dem Transmitter. Es ist allerdings immer zu empfehlen, den Transmitter zuerst einzuschalten. Wie wir den zweiten Kopfhörer verbinden, beschreibe ich euch im Testartikel. Und ich werde dort auch noch die Dokumentationen verlinken und die Videos, die es eben dazu vom Hersteller gibt. Das war es jetzt auf jeden Fall. Alles ist fertig eingerichtet. Los geht's. Der Transmitter und Bedienelemente des Kopfhörers. Beginnen wir mit den Elementen am Kopfhörer. Auf der linken Außenseite sehen wir die Tasten. Die goldene Taste ist die Multifunktionstaste. Verbinden wir den Kopfhörer direkt mit einem Handy, so können wir damit die Medien steuern. Einmal drücken pausiert Musik oder setzt sie fort. Doppeltippen löst einen Anruf aus. Ich frage mich allerdings, welche Nummer er da nimmt. Schnellwahl, Kurzwahl, zuletzt angerufene Nummer. Ich weiß es nicht. Plus drücken und halten springt ein Lied vor. Einfaches drücken erhöht die Lautstärke. Minus drücken und halten springt ein Lied zurück. Einfaches drücken senkt die Lautstärke. Es gibt hier außerdem noch einen 3,5 mm Klinkeanschluss am Kopfhörer. Allerdings müssen wir den Kopfhörer aktiv ausschalten, wenn wir ihn per Kabel verbinden wollen. Ansonsten gab es bei mir da ein Problem mit dem Ton. Die Reichweite betrug bei mir ein Stockwerk. Das heißt, ich konnte mich ein Stockwerk hoch bzw. runter bewegen. Die Plus-Minus-Taste am Transmitter senkt im Übrigen auch die Lautstärke oder erhöht sie eben, wenn wir Plus drücken. Wir können den Codec am Transmitter im Übrigen nicht manuell zu aptX wechseln. Um das sicherzustellen, habe ich den Support einmal kontaktiert, der hat mir das bestätigt. Das liegt daran, dass der Kopfhörer selbst kein aptX kann, sondern nur Faststream, kurz FS. Das ist hier aber nicht weiter schlimm, da Faststream wie aptX auch nur eine Latenz von 40 Millisekunden aufweist. Lippensynchron ist bei mir also alles. Auf der Rückseite des Transmitters sehen wir die Anschlüsse, die ich bereits vorhin gezeigt und benannt habe. Tragekomfort, Design und Verarbeitung Der Transmitter ist klein und leicht. Er ist ca. 5,5 cm tief und um die 7 cm breit. Der Korpus besitzt eine Klavierlack-Optik und vier Gummifüße auf der Unterseite. Im Dunkeln leuchten die aktiven Modi-Texte auf der Oberseite blau auf. Der Kopfhörer ist mit 208 Gramm sehr leicht und deshalb viel weniger spürbar als viele andere Kopfhörer. Außerdem drückt er seitlich nicht stark an den Kopf, also sehr wenig Anpressdruck. Das heißt, er sitzt recht locker, aber auch nicht so locker, dass er vom Kopf rutschen würde. Das dürfte für den einen oder anderen ein wichtiger und interessanter Punkt sein. Die Polster sind mit ca. 1 cm nicht sehr tief. Wenn ich den Kopfhörer aufziehe, liegt das Innere also an meinem Ohr an. Das will auch noch erwähnt sein. Weich sind die Polster an sich aber schon. Die Innenfläche ist 6 cm hoch und mittig ca. 4 cm breit. Die Polster schirmen so nach außen, also nicht so stark ab, was aber auch dafür sorgt, dass wir nicht so schnell heiße Ohren bekommen und eben der Anpressdruck und alles nicht so störend ist. Also der ist eben gering, wie gesagt. Ich habe das Gefühl, dass sich das Design verstärkt an Ältere richten könnte. Ich persönlich bevorzuge z.B. tiefere, nicht anliegende Polster mit höherem Anpressdruck und auch mehr Abschirmung. Aber das muss eben jeder selbst wissen, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Der Kopfbügel ist vernäht und weich gepolstert. Zudem sind die Kopfbügel höhenverstellbar und wir sehen hier einen Mechanismus, der über zwei dicke Metalldrähte funktioniert. Wir müssen den Kopfhörer abnehmen und können dann die Muscheln am Draht verschieben. Dieser Mechanismus hält durch den Klemmdruck fest. Im Inneren gibt es also keinen Rastermechanismus, der sich verhaken könnte. Die Ohrpolster passen sich zudem seitlich an die Kopfform an. Ansonsten wirkt der Kopfhörer vom Design her leicht retro, finde ich. Er ist schick und schlicht und wirkt, soweit ich das bisher beurteilen kann, auch gut verarbeitet. Klang Den Klang habe ich heute mal wieder mit meinem Sennheiser RS-175, der allerdings mehr als doppelt so teuer war, verglichen. Dabei habe ich die Kopfhörer immer abwechselnd beim gleichen Lied gewechselt. Susan Vegas Gypsy klingt beim ersten Eindruck ohne Vergleich ganz gut. Wenn ich alles mit dem RS-175 vergleiche, dann wird aber deutlich, dass die Höhen und Mitten nicht so klar rüberkommen. Bei Where's My Mind in der Piano Version hören wir auch, dass die Höhen nicht so klar sind und der Bass kräftiger ist. Hier fällt das aber nicht so stark auf. Bei Waking the Demon von Bulletformer Valentines fehlen die Höhen und Mitten auch wieder, dadurch klingt alles dumpfer. Das gleiche gilt auch für die anderen Tracks wie Dr. Dre's The Next Episode, Better Ever Alone und Avicii's Wake Me Up. Bei Better Ever Alone ist die Bassspur allerdings kräftig warm und präzise. Ich habe mir deshalb jetzt mal direkt einen Equalizer drüber gelegt. Wir sehen hier das bekannte Phänomen, bei dem ich die Bassbereiche abgeschwächt und die Höhen stufig verstärkt habe. Damit können wir dies gut ausgleichen, sodass der Klang neutraler klingt und nicht mehr so dumpf muffig. Das habe ich auch schon öfter bei Kopfhörern in der Preisglase bis 80 Euro gemacht, um eben solche Dominanzen auszugleichen und da poste ich dann auch immer die Equalizer. Dieses Modell ist vermutlich auch nicht für Musik optimiert, sondern ich vermute eben für Fernseher bzw. TV. Zeit für ein paar Trailer. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Bass noch ganz gut kommt. Stärker als bei meinem RS-175 mit deaktiviertem Extrabass. Generell ist mir aber auch aufgefallen, dass der Bass noch etwas geboostet ist. Höre ich mir zum Beispiel das Intro meiner eigenen Videos an, dann klingt das deutlich basslastiger und dumpfer als mit meinem RS-175. Das erinnert mich auch an die ganzen Gaming-Headsets, die oft auch extra Bass geboostet sind. Dadurch klingen Bass-Effekte natürlich mächtiger und Stimmen sind auch tiefer und basslastiger. Beim Klang kann ich mir gut vorstellen, dass ältere Menschen diese fehlenden Höhen und Mitten eventuell nicht vermissen, da das Hörvermögen mit dem Alter auch abnimmt, aber das ist jetzt hier nur so eine Spekulation. Um die Lippensynchronität zu testen, habe ich mir ein paar YouTube-Videos angeschaut. Bei mir ist alles synchron. Für die objektive Klangbewertung müssen wir Transmitter und Kopfhörer erstmal separieren. Der Transmitter kostet separat nämlich 60 Euro und der Kopfhörer 50 Euro. Wir können also auch ein zweites baugleiches Modell kaufen und mit dem Transmitter verbinden. Mehr dazu im Artikel. Das ist auf jeden Fall ein Feature, was ihr bei vielen Funk-Kopfhörern nicht habt. Der Kopfhörer liegt also im Bereich von 50 Euro. Für den Preis von 50 Euro ist der Klang also in Ordnung, würde ich sagen, beziehungsweise den Preis angemessen. Wenn wir einen Equalizer nutzen könnten, dann ist es aber auch möglich, ihn auf einen gut anzuheben, indem wir die gezeigten Schwächen eben ausgleichen. Moderne Fernseher haben inzwischen oft auch einen Equalizer verbaut, aber wenn euch das eben interessiert, schaut das vorher nach. Was mir auch aufgefallen ist, sind, dass es enorm viele Bewertungen für die Kopfhörer und das Set gibt, sogar mehrere tausend. Vielen reicht der Sound also scheinbar am TV aus. Mikrofontest Der Kopfhörer hat ein Mikrofon verbaut und damit gibt es jetzt eine Testaufnahme. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Adventure-Kopfhörer, denn wie gesagt, es ist ein Bluetooth-Kopfhörer und den können wir auch direkt mit dem Handy verbinden, auch ohne den Transmitter. Und den trage ich jetzt ganz normal auf den Kopf. Ich spreche ganz normal und der sitzt lockerer als andere, also der schirmt nicht so gut nach außen ab. Das heißt, ich höre meine Stimme auch besser, spreche jetzt eventuell nicht so laut. Und ihr hört jetzt eben, wie sich das Mikrofon so anhört und könnt euch aufgrund dieser Testaufnahme euer eigenes Bild von der Mikrofonqualität machen. Mein Fazit Zuerst einmal sollte klar sein, dass der Kopfhörer um die 50 Euro kostet und der Transmitter ca. 50 bis 60 Euro. Es ist also ein 50 Euro Kopfhörer und damit unterer Einsteigerpreisklasse. Also unter diesem Preis gibt es eigentlich nicht wirkliches Brauchbares. Den Vorteil, den der Transmitter bietet, ist, dass wir auch andere Bluetooth-Kopfhörer damit verbinden können. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr noch einen teuren Bluetooth-Kopfhörer habt und den auch noch jetzt nutzen wollt, eben zwei Stück könnt ihr den damit auch noch verbinden. Das geht bei reinen Funk-Kopfhörern nie. Außer der Hersteller hat eine solche Funktion integriert und dann gehen aber auch nur baugleiche Modelle desselben Herstellers. Der Kopfhörer mit Transmitter ist sehr leicht eingerichtet und verbunden. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Außerdem ist ein optischer Eingang samt Kabel vorhanden. Dieses Paket eignet sich im Speziellen für den TV, so wird es im Endeffekt auch beworben. Der Klang ist basslassig und in Mitten und Höhen fehlen Feinheiten, was in der Preisklasse aber eigentlich immer so ist. Da habe ich mir schon sehr viele Modelle angeschaut und ich habe da wirklich noch kein Modell gefunden, wo das nicht so gewesen wäre und wo ich keinen Equalizer eingesetzt hätte. Für den TV-Ton ist der Klang aber in Ordnung, wenn man hier keine zu hohen Ansprüche hat. Gerade älteren Menschen, welche sowieso schon in den höheren Frequenzen schlechter hören, fällt das vermutlich nicht so stark auf. Mit einem Equalizer können wir aber wie gesagt dieses Phänomen stark neutralisieren, wenn der eben vorhanden ist. Bedenkt ihr bitte den Preis und erwartet keine Wunder. Für den Preis ist das Preis-Leistungs-Verhältnis hier meiner Meinung nach fair. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall über alles Bescheid und könnt euch jetzt selbst entscheiden. Das war ein weiterer ausführlicher Testbericht von mir für dich und ich hoffe, ihr helft dir weiter. Den Link zum Testartikel und zum Produkt findest du wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Über ein Like, ein Abo oder einen Kommentar bzw. einen Erfahrungsbericht von dir freue ich mich natürlich wie immer. Danke. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, ich bin raus.